Hallo, grüß euch. Heute möchte ich euch eine ungewöhnliche Mietwohnung vorstellen. Ungewöhnlich sind nette 50 Quadratmeter Wohnungsfläche und ordentlicher Garten. Ungewöhnlich ist, dass wir hier eine Galerie haben. Aber ich würde sagen, schaut es euch allen Frauen an und im Anschluss des Videos zeige ich euch die Garten. Hallo, da bin ich wieder. Wenn euch das, was ihr gerade gesehen habt, gefallen hat, hier die Eckdaten. Das ist eine 50 Quadratmeter große Mietwohnung auf zwei Ebenen mit Garten- und Kfz-Abstellplatz. Die Wohnung wird unbefristet, ab sofort vermietet und steht in Deutsch-Fahrrad. Wenn ihr mehr wissen möchtet, findet ihr alles auf unserer Runde. Tschüss.